Nur am schnauben Haben die jetzt auf die Entfernung Feuer reinbekommen oder was? Ja, ein HMG, das halt ein bisschen mehr Feuerkraft hat, hat zurückgeschossen Okay, ich wusste nicht, dass die dann HMG haben Ziemlich lustig Alter, wie viel Magazin die haben? Ich bin noch nicht mehr angekommen Medics sind da Ja, hier oben Kriegt ihr den da runter irgendwie? Ja, den krieg ich mal runter Schmeiß den da runter, ich hab ihn Alle, HMGs ausgeschaltet Wenn das da noch das eine war, das hab ich So, jetzt müssen wir die Kugel kriegen Dann stopfen, dann stopfen, das andere ist unwichtig Kann mich nicht bewegen Oh nein, der andere ist bei der Barhau Mörser Mörser Nein Alle rein Maxi, guess what? Ich komm an, Mörser fling runter Wir lachen mit dir, Klock, wir lachen dich nicht aus Kann die nicht von dir mal durchziehen, so ne Scheiße Richter den nicht irgendwie runter Okay, wegen deinem beschissenen Arsch Nicht hier oben noch drauf gehen Das ist alles deine Schuld, alles Was ist denn hier für ein Drama los, ey? Das ist immer die gleiche Scheiße mit dir Zugführung für Bravo kommen Durchlassen, verdammte Kacke Hier, Zugführung kommen Haben die ausgeschaltet, stehen zur Zeit unter Mörserbeschuss Sind am Planetenversorgen Komm Sobald er versorgt ist Schmeiß den hin So, hier, bitte Sobald er versorgt ist, weiter vorrücken Wie wir noch planen So, verstanden Gibt mal ne Diagnose bei dir Grün für Alpha, komm Lost Sampler, die sind Payne Ich geb ihm noch mal viel Braucht eigentlich kein Blüffel Lüfft jetzt Alpha sich weiter fortbewegen Komm, positiv, grün, äh, Alpha darf sich weiter fortbewegen Geh mal ins Fenster und schießt zurück, oder was ist das? Pass auf So, Rocky ist wieder da Nichts treffen die Nichts treffen, wie gesagt Ja, die schießen die Mörser drauf Klock, kannst du mal bitte weggehen, dann gehen die Mörser auch weg Ah, danke, voll nett So, Rocky, äh Okay, Alter, ey, echt Ohne 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 Du, also, wir gehen Wir gehen Wo Glock ist, da kommt Nosser runter Ich hab keinen Turn mehr Viel Spaß beim Rausgehen Nein, 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 nein Scheiß auf den Burkhardt, es geht auf den Burkhardt Ja, jetzt ist es gerade ruhig, hier vorne Tür auf und raus Ich schwöre, ich kann nichts dafür Was, vorne raus? Oh Gott Ja Ich bin in der Macker Ich bin in der Macker Ich bin in der Macker Wir werden alle sterben Wie viel klingt es rum? Los, hier gleich in den nächsten Kapout rein Alter, es war alles für den Arsch Ich hab so, ich hab so hart die Fresse voll Runter in den Thronkeller Hier, kommt rein hier, schnell Ich brauch einen Medic Bravo für Das ist einfach Medic Grün, komm Mach zu, Iffig Aber ja Rücken Sie weiter vor, Frage Positiv Dann laufen Sie Sind wir bei Dann laufen Sie schneller Wie? Wir gehen unter dem fucking Bestes Ja Verstaunlich gut Das ist lobenswert Klöck hat sich getroffen Das ist lobenswert Er hat sich bemüht Oh, der war bei seinen Kollegen beliebt Das war sehr lobenswert Ich bin fertig Ich bin fertig Ich will aus, ey Ging's eigentlich schon los? Ja Ja, Klöck, es geht los Hast du den Knall nicht gehört, oder was? Sorry, mal kurz bewusstlos Er hat geknallt Ja, da als du mich schlafen gelegt hast Mein Junge Aua 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 2 5